Joa, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 2. Ich hatte gerade eben bei der letzten Folge, hört man es ja noch, ich dachte ich hätte keinen Ton. Dabei habe ich irgendwie es geschafft, dass mein Mikro einfach sich ausdreht. Wunderweg der Technik habe ich schnell behoben, natürlich die Lautstärke höher gestellt und dann ging das Ganze wieder. Ich dachte ich hätte echt keinen Ton mehr. Naja, kann man wohl nichts machen. Dann würde ich sagen, verkaufen wir mal ein bisschen hier was von dem Kram, von dem Schrott, wie auch immer man das bezeichnen will, Zustand. Joa. Ja, schönen guten Tag Charcy. Hm, repartieren wir das mal. Das, das und das und zu guter Letzt... Ha, kann man nicht reparieren, Ringe und so weiter, kann man nicht reparieren. Als ihr jetzt geglaubt habt, er will das reparieren, das gab es nicht, das weiß ich selber. Weiß jeder, der das Spiel gespielt hat. Und ich habe nachgeschaut und tatsächlich kostet das Diablo 2 Gold Edition bei Amazon 22,69 Euro. Verdammt teuer noch für so ein altes Spiel, muss man echt sagen. Also ich hätte nicht gedacht, ich habe gedacht so 10 Euro, ja und das war's. Aber, Pustekuchen. Puh, habe ich euch wohl doch eine falsche Information zuerst gegeben. Ich hätte mich da besser informieren müssen sollen. So, und nachdem wir jetzt alles verkauft haben, geht es weiter, würde ich sagen. Gucken, was wir hier noch haben. Na, da haben wir nichts. 22. Na, die erwischt ihn doch. Na komm, stirb. Jawoll. So. Wir müssen aber weiter. Mal gucken, wo die, äh, Schamanen sind wieder. Der Rest der Viking rennt hier einfach weg. Und tot. Jawoll. Wir haben alle gekillt. Wir sind so einsam. Keiner liebt uns. Kommt zurück. Ach, ja, erinnert so ein bisschen an Asterix und Overlix. Falls das noch jemand kennt. Ich weiß ja nicht, welche Zuschauergruppe ich hier gerade anspreche. Aber wahrscheinlich mal die jungen Erwachsenen und Erwachsenen erinnern sich noch dran. Boah, ich dachte gerade ernsthaft, ernsthaft, dass alles umsonst war. Aber Gott sei Dank ist es nicht so. So wie gedacht, ach so, äh, ja, letztlich willkommen zurück, würde ich mal sagen. Äh, ja, so wie gedacht ist mir gerade eben alles abgeschmiert. Ich werde das natürlich zusammenschneiden und hoffen, dass das Ganze so in einigermaßen akzeptabler Zustand hier bei euch dann ankommt. So, dann laufen wir mal hier durch und nehmen noch einen Heiltrank. Boah. Das ist ätzend. Wenn er das abschmiert, dann sind natürlich genau das. Alle Gegner wieder da. Man darf laufen gehen. Bup, 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 bup. Jo. Habe ich eigentlich nicht mitgerechnet. Habe ich nicht gehofft, dass es passiert. Aber es ist nun mal passiert und wir laufen gegen den Baum. Nein. Okay, kommt her. So, stirb. Du greifst die nicht an. So, jetzt das hier einsammeln. Das hier. Können wir nochmal außenrum gehen. Bisschen Erfahrung sammeln, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob der Erfahrungsverhalten jetzt so geblieben ist oder mehr geworden ist. Oder weniger. Ich hoffe einfach mal, dass es mehr geworden ist und dass wir ein Level abmachen können. Ich kann nichts mehr tragen. Hilfe. Hilfe. Rennen alle weg. Oh, okay. Da ist. So, jetzt weiß ich ja, wo ich hinschießen muss. Dem schicke ich jetzt ein paar Pfeile nach dem guten Dämonen Cursed. Wahrscheinlich gegen Giftresistenz oder so soll das heißen. Warum geht ihr nicht einfach sterben, hä? Und wer belebt euch wieder? Na komm, du gehst drauf. So. So. I am overburdened. Na ja, greift mich ruhig an. Mich interessiert das nicht. Jetzt hätten wir nicht genug Leben. Ha. Glauben die doch. Im Ernst. Wir haben immer noch alle Sachen. Wunderbar. Die können wir jetzt erstmal verkaufen gehen. Ah. Wie man... Wie gesagt, alles krächt und... Ja. Wie gesagt, die drei Minuten da werde ich noch reinschneiden irgendwie und... Ich hoffe, das kann man mir verzeihen. Das... Passiert leider mal, wenn die externe Festplatte... Äh... Ja. Nicht mitmacht. So. Und das rein. Das rein. Das. Ist eigentlich da voll? Ja, da ist voll. Und da ist das. So. Machen wir das schon mal. Gehen wieder durchs Portal. Haben wir überhaupt die Quests wenigstens noch? Ja, die Quests haben wir noch. Wenigstens etwas. Weiß werden alles versagt, aber die Quests nicht. Gigantisch. Na ja. Mana dran. Ich finde es übrigens extrem praktisch, dass wir auf Eis geskillt sind, weil das die Gegner verlangsamt und wir werden wieder genervt.